servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal blizzard hat sich nicht nur bei der blizzcon zu the war within und den kommenden addons von world of warcraft geäußert sondern auch zur zukunft von dragonflight ist stand ja noch so ein bisschen in der schwebe wird es ein patch 10.3 geben bekommen wir eine vierte season ja nein vielleicht und warum hängt mein parlor eigentlich ein besen aus dem gemächt wir werden es nie erfahren aber doch wir werden erfahren was mit der zukunft von dragonflight ist denn icy veins hatte die möglichkeit game director ian hassey coasters in einem interview quasi zu verhaften und dabei ging es um eben jene themen letzten endes klar ist inzwischen wo dragonflight wird keinen patch 10.3 bekommen das finde ich persönlich sehr sehr enttäuschend ich mag addons oder weiß nicht ich finde die addons fühlen sich ziemlich gehetzt an mit nur zwei großen patches aber gut persönliche meinung machen wir weiter mit den news es wird aber nichtsdestotrotz eine vierte season geben das wurde ebenfalls bestätigt dann kommen wir weiter zu den themen oder zu den inhalten dieser vermeintlichen season also letzten endes dragonflight wird eine vierte season haben mit fated raids wir erinnern uns dabei zurück an shadowlands fated heißt insofern in der letzten season sind alle raids weiterhin verfügbar jede woche wird aber ein anderer raid durch diesen fated affix verstärkt das heißt es gab damals vier affixe bei jedem boss war ein anderer aktiv hinten raus konntet ihr auch alle bei einem boss aktivieren und diese mechaniken oder affixe hatten so ein bisschen ihr musstet erst mit einer fähigkeit klarkommen wenn ihr das gemacht hat gab es dann meistens bonus damage bonus heilung bonus leben und so weiter und so fort und das würde dann vermutlich auch so aussehen dass wir dann das gewölbe aber russ und den neuen raid amir drassil jede woche können wir dann in anderen spielen mit diesem fated affix fand ich ganz witzig aber aktuell ich bin ganz ehrlich werde ich dieses season zu 60 prozent aussetzen weil weil ich da habe ich da habe ich ehrlich gesagt nicht noch mal lust drauf und weiß nicht ich hatte das gefühl bei uns in der gilde war die stimme auch eher so muss das jetzt unbedingt sein hat man halt alles schon gesehen und von daher bin ich aktuell eher geht die ich davon aus dass ich es nicht spielen werde oder zumindest nicht aktiv aber gut weiter geht es dann es wird wohl wieder einen catch mechanismus geben aber nicht dieses see die nahe system es wird wohl ein solches system geben die mann der wöbe die nahe system in season four but i'd like to avoid windows being the default way to acquire the best gear also sie haben gesagt bei der ganzen geschichte ihr musstet für diese dinare 10 20 oder 30 bosse legen habt nach jedem 10er schritt einen dinar bekommen und dafür konntet ihr euch ein item von allen radius kaufen also zumindest waffen und schmuckstücke und so kann man halt relativ sicher an seine besten items aber hier hat jetzt blizzard gesagt das wollen sie nicht immer haben weil man soll nicht an seine besten items kommen indem man nur händler abfahren ist ja auch klar dann habt ihr euer item nach einer woche uns halt nicht weiter eure abo gebühren das geht nicht das wäre auch nutzerfreundlich dann das team ist weiterhin offen für saisonale affixe da wird halt noch ein bisschen abgewartet und so weiter und so fort es wird zum thema legendäre ergs von firek eine ein bad luck protection geben also scheinbar droppt da wieder irgendein item und diesmal ich schätze mal wieder es droppt irgendwas und da wird es dann so sein wenn ihr es beim ersten kill nicht gekriegt habt steigt eure chance bei allen weiteren kills und so weiter und so fort keine pläne für classic time walking wurde noch gefragt und so weiter und so fort aber der rest ging auch nicht wirklich um dieses system mit season 4 und dinare und so weiter und so fort deswegen gerne noch mal durchlesen wenn euch das ganze interessiert und da gab es dann auch noch mal einen genaueren kommentar von ihren weil es erst so hieß das kam halt erst darüber dass er komplett oder blizzard komplett gegen dieses dinar system wäre und so weiter und so fort und er sagt dann noch mal der will absolutly be a dinar type system in dragonflight season 4 also es wird definitiv ein dinar system geben hier seht ihr dann die drei händler einer für jeden raid castle natria dann sanktum der herrschaft und mausoleum der ersten und da oder andersrum viel eher und da konntet ihr dann hingehen einen dinar ausgeben und so weiter und so fort wenn alle drei weg waren waren auch die händler weg er sagt aber auch we don't think it was too generous in sl it worked great das war so ein bisschen komisch weil erst hieß es okay man hätte da zu viel drüber gekriegt und so weiter und so fort er sagt dann aber i was commenting on what i thought was a question about introducing the system more broadly across all seasons raids und da hat er dann gesagt er hat die frage so verstanden also es wurde gefragt ob dieses system wiederkommen er hat es wohl so verstanden ob das ein genereller bestandteil von wo w wird und da hat er dann gesagt nee das wäre dann zu gutmütig zu einfach an sein gear zu kommen und so weiter und so fort aber er sagt dazu in dem fall ist es eine gute situation in diesem kontext oder sie wollen auch weiterhin mechaniken überprüfen um vor zu viel bad luck euch zu schützen aber naja also es wird auf jeden fall kommen ich muss ehrlich gesagt sagen ich hätte nichts dagegen wenn ein solches system kommen würde von mir aus man könnte das ja auch ganz einfach handhaben diese zehn dinare oder zehn boss kills waren halt relativ niedrig angesetzt wenn sie sagen die leute haben zu einfach ihr gear bekommen dann könnte ja dann auch einfach sagen du kriegst nach 25 kills das erste token nach 50 das zweite nach 75 das dritte das sind genug kills damit niemand sagen kann okay ich habe jetzt in zwei wochen alle meine drei bis trinkets und waffe zusammen aber diejenigen die regelmäßig spielen und nach 75 kills das wären teilweise um die zehn id's immer noch ihr item nicht haben die haben dann werden dann endlich erlöst und könnten sich holen also ich denke da wäre bestimmt ein weg möglich wenn auch der wille da wäre aber persönlich das kann jetzt nicht beweisen aber anhand dessen was blizzard zuletzt wieder alles eingeführt hat um die spieler länger am spiel zu halten denke ich nicht dass ein solches system kommen würde weil dann könnte es ja sein dass ihr euer abo frühzeitig kündigt weil einfach ihr nach einem monat schon euer bis gehabt und so nicht noch drei monate den raid lauft und versucht es zu bekommen aber gut letzten endes was klar ist season 4 wird kommen patch 10.3 wird nicht kommen es wird fated raids geben und es wird auch wieder ein dinar system geben und dementsprechend ja ich glaube viel viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen schreibt mir gerne in die kommentare was ihr dazu oder dazu haltet hättet ihr lieber ein patch 10.3 bekommen oder seid ihr zufrieden mit einer fated season ich bin nicht grundsätzlich gegen die fated season ich kann verstehen dass es durchaus spaß macht aber da ich persönlich halt schon alles gesehen habe wird es oder ja es hat halt nicht so langfristig gefesselt wie ein neues raid hier deswegen hätte ich lieber einen neuen patch mal gucken was sie sich einfallen lassen vielleicht gibt es neue mythisch plus dungeons who knows wir werden sehen aber ein 10.3 wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen nun gut damit danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten Mal